Komm mal her. Ne, 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 mein Pfeil wird dich vortreffen. Genau zwischen die Augen. Ja, das war's. Ach, jetzt tauchen die von rechts auf. Ja, manchmal ist das wirklich schwer, mit diesem Pfeil hier zu zielen. Boah, bleibt er genau da stehen. Komm mal her. Ey. Ne, ne, ne. Dann schmeiß ich extra schon hin, er weiß, dass er krepiert. Wieso mache ich mir solche knappen Dinge und verfehle sie? Können wir den Waggon stoppen? Oh, und der rechts schießt. Der da rechts schießt. Und ich sehe schon, dass da Pfeil kommt. Na, wo seid ihr? Da sind noch zwei. Ich meine einer. Okay, da. Nein, nein, nein. Ne, das war's. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Frontal. Das Wichtigste, erstmal die schönen Krüge hier holen. Weil ihr seid eigentlich gut geschützt in diesen Kilokunden. Da oben. Boah, was für ein Weg. Ich glaube, auf der rechten Seite kommen auch noch welche, aber jetzt noch nicht. Na los, na los, na los. Ah, Mist. In die Rippe. Oh, da schießen drei. Einen kriege ich noch, einen kriege ich noch. Ja, 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 ja. Ich darf nur mal einen Pfeil schießen. Die schießen gleich 80. Wie heißen diese? Die hießen auch Shokunu oder diese Armbrustfreaks, die gleich 80 Pfeile schießen. Die sind ja chinesische Soldaten damals gewesen. Ja, ein bisschen Geschichtsstunde bei meinem Let's Play. Man sieht schon, als wäre der Pfeil besoffen wieder. Fliegt hoch und runter, hoch und runter. Ja, das war's. Jetzt müssen sie rechts auftauchen. Also, ich sehe hier nicht noch nichts. Doch. Warte. Nee. Doch, da sind welche. Oh, ich dachte, das wären diese Motten oder was da vorbeigeflogen ist. Ach, immer mit einem kleinen Spritzer Blut. Du kannst dich da nicht verstecken. Ach, der rechte lebt von den beiden. Ah, man sieht manchmal treffig ist eigentlich sehr gut. Aber man sieht manchmal auch solche miserablen Fails von denen. Ach, der war nicht tot. Zum Glück habe ich noch auf ihn gezielt. Nein, 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 nein. Ich schieße nicht. Nein, jetzt schießt er doch. Ja, da ist einer vorbeigeflogen. Und noch einer. Und noch einer. Vier. Fünf Schuss. Boah, zum Glück, das war knapp. Der ist noch an den vorbeigeflogen. Ich bewege mich. Doch, doch, ich bewege mich noch. Ich dachte, ich bewege mich nicht mehr. Irgendwas ist faul. Ich sehe keine Gegner mehr. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hä, wo sind die? Ach, da sind keine Motten. Das sind Pollen, die hier rumfliegen. Und mein Fernseher ist auch leise. Deshalb höre ich da nichts, was im Hintergrund da läuft. Oh, da sehe ich was oben. Entweder ist das eine Flamme oder eine Urne. Unnötiges Geschirr. Habe ich die so schnell vernichtet? Das kann doch nicht sein. Kann man ja ein bisschen hier rumgucken. Nee. Das kann nicht alles gewesen sein. Ja. Jetzt werden die ganz... Jetzt muss ich sie auf den Kopf... verledigen. Das heißt, auch die Steuerung ist jetzt anders. Ja, die Steuerung ist jetzt verkehrt rum. Nur die... Die Y-Achse ist verkehrt rum. Also hoch und runter. Komm schon, die muss ich treffen. Nein. Ich muss ihn treffen. Nein. Ja, ich weiß. Komm schon. Komm schon. Ja, der muss sitzen. Der muss sitzen. Ja. Übertrieben. Wie habe ich noch verloren? Nur für einen Schuss? Die macht das ganz lockt auf den Kopf. Und das, was gleich passiert... Ja, komm schon. Ist auch hart. Nicht von der Spielweise aus, sondern... Das ist die Geschichte. So lahmarschig. Mach doch schneller. Muss ich das Teil jetzt extra drehen? Ja, toll, du. Ich musste ja alles machen. Ich schneide noch checken. Hier kommt gleich eine Katze. Ja, hier sind keine Ohren mehr. Und da sieht man schon, da sind Skelette überall. Ah, wieso kann ich X drücken? Die letzten Überreste von Tau, dem Oberhaupt des Barbarischen Clans. Der goldenen Schlange. Die Primitiven sollen geläutert werden. Der Friede wird überdauern. Aber das, was uns interessiert... Uh, sind das Kratos-Schwerter? Die Schwerter wurden der Leiche von Langzu. Was? Das ist Kratos. Ja, aber auch könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Die zwei, die uns interessieren. Ach, den kann ich nicht angucken. Nehmen wir das goldene... Das himmlische Schwert. Oh, ich habe wohl einen Schluck auf. Das ist wirklich laut. Verschleck dich, Kai. Hier, zwischen den Felsen. Hier bist du sicher. Meine Liebe, Kai. Du musst jetzt sehr tapfer sein. Ich bin bald zurück. Das verspreche ich. Überraschung. Ja. Fuchsschwanz dieser dreckige Sack. Und da ist er. Aber was jetzt passiert, jetzt kommt ein Minispiel. Wenn ich nicht schnell genug bin, verhau ich das die ganze Zeit. Und mit der Verzögerung freue ich mich wirklich drauf. Ja. Oh, du erinnerst dich an mich. Ich hatte gehofft, bei dir Eindruck gemacht zu haben. Nach links. Jo. Stell dir vor, ich töte dich. Na, wie, in welche Richtung du willst? Das letzte lebende Mitglied eines einst stolzen Geheims. Komm schon, klopp oben. Oder? X. Na los, lauf. Ich hoffe, das war's. Warte ab, du kriegst auch noch dein Fett ab. Ich hasse diese Minispiele. Ja, ne, ich mag sie schon, aber viel zu wenig Zeit. Für meinen Geschmack jetzt. Ja, aber man sieht ja, man kriegt das noch hin. Ja, jetzt haben wir nicht nur ein von diesen... ...unmöglichen, was weiß ich, unendlich Lebenspunkte oder so. Wir haben jetzt sechs, glaube ich, sechs oder acht. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Aber hier gibt's jetzt auch Ohren. Ja, gleich rote Augen. Du hast sie doch nicht mehr. Oh. Ah, komm schon, wer? Wer will mit der blauen anfangen? Ja, rot. Sehr schön. Der macht blau. Ah, Mist. Wenn die sich rollen, dann könnt ihr gleich darauf fixieren, dass es blau ist. Falls ihr diese blaue Aura provozieren wollt, dann würde ich euch raten, ein bisschen Abstand zu halten. Das kann euch nur raten, lauft rum. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach so, ich muss erst mal warten. Das schmerzt. Ja, damit können wir jetzt besser bekämpfen. Na, wer will zuerst, 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 ein Fett abhaben. Falscher Combo. Ach, ich dachte, ich hätte gerade ein bisschen Zeit gebraucht. Den Combo-Belle ich. Oh, getroffen. Wer will zuerst, wer will zuerst. Krieg jeder was. Los, kommt schon. Ja, ihr Feiglinge. Ah, okay, machen wir so. Komm her. Wer will zuerst. Oh. Ach, ach. Das hab ich... Ich hasse das, wenn es zu 50 steht. Ah, einer ist rausgeflogen. Sehr schön. Wer will jetzt nicht. Schnappt, schnappt euch den. Schnappt. Ja. Hier ist noch einer. Ah, Mist. Zu spät. Was war das? Ach, ach. Okay, irgendwie verkau ich das jetzt irgendwie. Ah, nur eine Urne. Die Urne brauche ich jetzt. Wo ist sie? Ich glaube, wenn ihr auf dem Normalstück kriegt, ist es zwei. Ich hasse das. Ich hasse das. Komm schon, komm her. Warten wir einfach. Oh, der hat mit seiner Fingernagel erwischt. Oh, da ist noch eine Urne. Komm her. Komm her. Untertitelung des ZDF, 2020